Oh ne, da kommt schon die Nachmut. Das ist nicht schön. Beziehungsweise bleiben sie da stehen. Legt euch mal alle eine Runde pennen. Du hast zwar schon geschlafen, aber dann schläfst du halt nochmal. Dann wenn ihr ausgeschlafen habt, gebe ich euch was zu essen und dann gucken wir da unten weiter. Wenn ich, wie gesagt, können wir laden, da lang weiter gucken oder den anderen Speicherstand laden und da lang weiter gucken. Wie gesagt, mal sehen, wie lange ich noch Lust habe, durch diese Höhle zu irren. Vielleicht noch eine halbe Stunde. Weil eigentlich möchte ich jetzt ungern den Cultures Cheats benutzen. So schlimm ist es ja auch wieder nicht. Es kann halt nur sein, dass ich komplett am Ziel vorbeigelaufen bin. Oder dass man uns verarscht und es hier gar keinen Schamanen gibt. Also nein, in dieser Richtung gibt es gar nichts. Das heißt, wir machen uns nicht mal die Mühe zu laden. Wir lassen das einfach mal aufgedeckt. Da kommen noch mehr von da oben. Okay. Okay. Bei Tod kriegen wir sie. Das heißt, was ich mir noch wünschen würde, ist, dass wir Punkte kriegen würden. Das hier könnte sogar richtig sein. Da kommt wahrscheinlich gerade schon wieder ein Respawn. Oh. Da kommt Respawn direkt auf uns zu. Okay. Du bist jetzt gerade wirklich gut angeschlagen. Und hier seid mir ehrlich gesagt alle noch nicht satt genug. Oh je, sie kommt in unsere Richtung. Das ist auch weniger gut. So, ich habe hier noch ein paar Leute, die ein bisschen hungriger sind. Wie du zum Beispiel. Und du zum Beispiel. So, und dann müssen wir weitergehen, weil da kommen schon wieder neue. Da kommen auch schon wieder neue. Das heißt, wir sollten hier gucken, dass wir von hier wegkommen. Wir haben uns ja schon einigermaßen regeneriert, bis auf er hier. Oh je. Sind schon wieder alle müde. Und schlaft. Und schlaft. Und schlaft. Und schlaft. der Weg hier könnte sogar wirklich ins Hauptlager führen. wenn wir pech oder glück haben die konnten sich nicht mehr wehren wieder zwei wege noch mehr wege wieder wieder Lavelle Lavelle das blöde ist gerade keine nahrung in sicht weil die jungs haben jetzt langsam doch ordentlich hunger wenn das mich nach da oben führt ja jetzt kriegen sie alle hunger das ist nicht gut ja will ja will ja das sieht aber fast so aus als ob ich jetzt hier einmal im kreislauf aber doch noch nicht ganze kommen schon schamane oder was zu essen eins von beiden bräuchten wir jetzt langsam mal ok das läuft einmal nur im kreis und hier unten auch nirgends weiter ok das heißt ich lade da da gehen wir mal in die richtung erst mal ja ich weiß dass ich eine hungersnot anband wieder ein aztekenkopf oder was zu essen hier salm hier 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 Das wird hinten und vorne nicht reichen. Du bist okay? Na wenigstens für zweimal essen reicht es. So, isst du noch die Bären hier. Da gibt es noch mehr Bären und noch mehr Gegner. Oh, du bist schon ganz schön angeschlagen. Noch ein neuer Save mal. Ein paar von euch sollten hier noch essen. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn der Schamane direkt überm Startpunkt wäre. Auf Wiedersehen. Javi 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 Javi